Willkommen zu 24 Sekunden mit mir, Leon Kratzer. Zum Basketball bin ich gekommen durch meinen Vater, der früher schon Nationalspieler war. Mein härtester Gegenspieler war Raymond Morgan, der einfach super physisch ist und super skilled ist. Abgesehen von der Fraport Arena spiele ich immer sehr, sehr gerne in der Oberfrankenhalle in Bayreuth, meine Heimat. Die Frage, die ich am häufigsten gestellt bekomme, ist, wie groß ich bin. Mein verstecktes Talent ist, dass ich sehr, sehr gut Gitarre spielen kann. Mein Lieblingskünstler ist im Moment Drake. Ich mag Drake sehr gerne. So Freunde, ihr habt es gehört, das war der Buzzer. War jetzt genug von mir. Bis zum nächsten Mal.